ja hallo der michel von mecanews jetzt ist das finale vom xmax rennen das silva rc ist dabei rc redback ist auch dabei und wir warten jetzt hier auf die startaufstellung zehn fahrer sind hier qualifiziert wenn ihr euch wundert ich habe hier oben eine 360 grad kamera habe ich hier übergestellt bekommen wäre ich auch mal mit film ich bin gespannt wie das video wird und da oben machen sich die fahrer bereit hier der fotograf der macht sich auch bereit macht schöne bilder im hintergrund und dort ist das orga team für das xmax rennen und wir sind gespannt mal sehen wir am ende gewinnt die quali lief ja ganz einfach ab alle auf die alle auf die piste immer der erste weiter und zehn rennen zehn fahrer damit dementsprechend zehn im finale so wir warten jetzt auf die zehn fahrer der silva rc und die machen hier jetzt die ansage startaufstellung steht hier also hier ist startplatz eins startplatz zwei da ist jonas sogar dabei der mit seinem sechs mal sechs hier auch mit fahren möchte das muss überraschen berliner sind auch damit dabei da meldet er sich und ich würde sagen wir warten mal kurz ab der startplatz der startplatz wird hier verlost übrigens das mal so nachgesagt damit auch das das ist das letzte rennen das ist das finale rennen zwei das finale rennen geht über fünf da noch mal und der ralf der ist hier nummer sechs so geht es einmal durch die startaufstellung also nummer eins ist ich hätte paffi genannt paffi ja nummer zwei ist der christen die nummer drei die vier der hennig die fünf der max die sechs der jens die sieben die acht der renne die neun dominik und reiner nachnahme zufall ja ist mir klar der ralf so habt ihr jetzt mitbekommen es werden fünf runden gefahren fünf runden noch 30 mal hat er erzählt aber ich habe viele helfer also zählt mit bleibt wer eine minute bis rennstart zuschauer bitte weiter gleich geht es aus hier der fällt gleich weit zurück hier und er hat sich noch gerettet ja nicht von eins starten heißt dann ja eins als hier nicht von eins heißt dass man auch gleichzeitig gewinnt und auch hier dicker fetter fehler einfach mal reingefahren da ist der einser der hat viel zeit liegen lassen und wer für der jonas der jonas mit zwei sechs mal sechs hier alter der lässt es da fliegen der zweit und dritt platziert er ja dann gucken wir gleich mal auf den ersten hier ja ich komme ja schön vorbei ja und jetzt ja die sind alle noch dran alle noch die drohne fliegt auch mit auch da hat er noch mal gerettet das sollte hier hinten da hoch und in der zweiten runde der jonas da und ich bin echt Sitten! Da und ja! Heißer Veit! Wir sind in der vierten Runde! In der vierten Runde! Und Jonas bekommt jetzt Druck. Der Kampf um Platz drei und vier ist schon ziemlich heiß. Aber es gibt natürlich da keinen Bonus um die Spitze hier. Jonas kriegt Druck. Und der vier mal vier geht vorbei. Jo! Führungswechsel! Und Jonas hat hier so seine Probleme. Und? Ja, da hat er es in der letzten Runde, hat er es gerockt hier, wenn er jetzt keinen dicken Fehler macht! Wuuu! Zwei! Ohohoho Alter Schalter! Damit ist das Reich excelend! Einer ist noch da! Hinter ist die Elf! Der hier! Einer ist da! Der ist so was! Der ist so was! Danke dir! Danke! Siegerfahrzeug! Die Sieger nochmal hier aufstellen bitte! Die ersten drei Plätze! Glückwunsch! Zum Sieg! Jetzt gucken wir mal wer hier! Ruf Jonas aus! Jonas bitte! Jonas kommt bitte! Wir machen gut hier! So jetzt wird noch Siegerfoto! Alle fahren hinter die Autos! Zeit für Fotos! Alle fahren! Kommt! Schaut euch das mal an hier! Frech filmen! Manche drängen sich einfach nur vor so wie hier! Ich bin einfach groß und stark! Ja und ich bin einfach nur klein und unten! Wo hier hin? Danke! Reicht! Das sind ungefähr 50 Kameras! Such dir eine aus! Scheißegal! So das war jetzt hier! Das ist die Dichwüste sagst du ja! So vielen Dank Jungs! Wir sehen uns nachher noch bei der Tombola! Da kriegt der, du kriegst die goldene Karo! Ja war doch richtig cool gewesen ne! RC Red Pack X-Max Rennen 2024 hier in Hemmelsee beim Bechertreffen! Mal was Neues! Letztes Jahr gab es das noch nicht! Dieses Jahr zum ersten Mal! War doch richtig cool! Immer der Erste ist weiter gekommen! Und die ersten 10 waren dann im Finale gewesen! Ja! Ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn es euch gefallen hat! Nicht nur abonnieren den Kanal! Sondern auch nächstes Jahr hier in Hemmelsee dabei sein! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal!